Hallo und herzlich willkommen hier im CubeTrap Tonstudio. Mein Name ist Dennis Westermann. As you already know. Heute geht es um unsere Top 5 Synthesizer bzw. Synthesizer Plugins in 2020. Oder 2021 wird das wahrscheinlich sich auch nicht viel ändern. Wir steigen direkt ein. Platz 5. Teilen sich zwei Plugins. Analog Brass und Analog Strings von Output. Das ist der Wahnsinn. Da haben die irgendwie tatsächliche Streicher bzw. Bläser, akustische Instrumente gepaart mit irgendwelchen Synthesizern und krassen Sounds, geile Presets. Next Level Shit. Platz 4 ist Exhale, auch von Output. Wir sind halt voll die Output Fanboys. Exhale ist halt ein Synthesizer für, ist eigentlich kein richtiger Synthesizer, ist eher ein Sampler gepaart mit Synthesizer, wieder irgendwas Innovatives für diese geilen Vocalsounds. Da kannst du den Key einstellen vom Song und hast tausend Samples, die dazu passen. Wir lieben es und wir sind echt nicht die Einzigen. Ich höre das nämlich in ganz vielen Produktionen im Moment, gerade im Hip-Hop- und Pop-Bereich. Überall drin, richtig geil. Check, Exhale. Platz 3 ist Anna, A-N-A 2 von Sonic Academy. Das ist auch in dem Slate All Bundle mit drin. Daher haben wir den, wir lieben den, total abgefahrene Lead-Sounds, Plug-Synthes, richtig geil, Source-Synthes, alles mögliche, Pads. Geiler Scheiß, checkt das aus. Platz 2. Das wird keinen überraschenden Omnisphere. Was soll ich mehr sagen? Kennst du nicht? Dein Problem. Und jetzt Platz 1. Platz 1 ist mit Abstand Keyscape. Das ist auch von Spectra Sonics, genau wie Omnisphere. Sollte man kennen, aber das kann man verzeihen, wenn man den nicht kennt, weil das gibt es noch nicht so lange. Ist der Wahnsinn. Ist ein bisschen overpriced, finde ich. Ich glaube 399 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Wobei, es ist bald Black Friday. Vielleicht könntest du was sparen. Aber es ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie so gut gesampelte Klaviere gehört, klassische Klaviere, aber auch Orgeln und auch so abgefahrene Retro-Vintage-Instrumente, alles Tasten-Instrumente. Der absolute Wahnsinn. Check unsere Produktionen ab, dann weißt du, wie es klingt. Viel Spaß damit. Bis bald im Q-Prapp-Ton-Studio. Euer Dennis. Tsch, 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 fresh.